Ihr wisst, um das Licht zu sehen, muss man zuerst Licht machen. Ich muss nach mehr Essen suchen. Ich sollte nicht zurückkehren. Das Teleporter-Puzzle hat mich für eine Weile in Sicherheit gehalten. Für den Fall, dass ihr mir folgt, die Reihenfolge der Schalter ist östlicher Wall, südlicher, südliche Säule, nördliche Säule. Möge das Licht mit euch sein. Tyril, Amadazin, Archmage. Oh, das ist von Tyril höchstpersönlich. Auch gut zu wissen. So, ich bin wieder draußen und hier richte ich mal wieder eine Rumpelkammer ein. Mit Zeug, was ich einfach nicht brauche. Zum Beispiel dem Decker, den ich nicht benutzen kann, dem Boot, der Axt. Das bleibe ich mal draußen. Äh, das kriegst du mal hier rüber. Die beiden Sachen behalte ich. Das kann ich weglegen. So, das sollte ich auch behalten, Schuriken-mäßig. Die beiden Sachen packe ich mal da rein, bis ich mal genug Bolzen zusammen habe. Und ja, ich könnte zurückgehen und die restlichen Bolzen theoretisch suchen. Das kann weg. Die sollte ich mal aufheben. Die beiden Dinger könnten eigentlich auch weg, weil das ist etwas, was ich in- und auswendig kenne. Was ja mein Problem ist, ist, dass ich langsam keine Nahrung mehr habe. So, das ist jetzt zugegangen. Also, er hat gesagt, östliche Wand ist... Ja, ich lege sie erstmal alle wieder um. Okay. Da war das Grinding von Stone on Stone. Wenn ich dich nochmal umlege. Ja, das Teleporter-Rätsel. Nein. Also, ja, da hat sich irgendeiner verschrieben, oder? Ich bin blöd zum Lesen. Weil die östliche Wand ist da drüben. Ups. Ah, ich muss denen, die... Die gehen beide im selben Uhrzeit... Beide... So, dass ich ihnen außenrum folgen muss. Das war nichts. Oh ja, gib die Fackel mal her. Dass ich wieder hier einen Ersatz habe. Ähm. Östlicher Wall. Südliche Säule als nächstes. Und dann hier im Norden. Ja, gut. Okay, ich höre dahinter wieder Untote. Okay. Nein. Edge, bitch. So, einen bin ich los. Ist ja nicht so, als ob da noch ein halbes Dutzend auf mich wartet. Ah. Wer hat euch eingeladen? Oh. Vor allem, warum müsst ihr gleich vergiften? So. so den eispfeil loswerden das ist leider gegen so ektoplasma gegner nicht sonderlich effektiv so das war der gegner ich höre ständig irgendwo was ok die bebomben sich da drin gegenseitig das kann mir gerade recht sein was mache ich jetzt tolles einfach das beste hoffen das war jetzt nicht so der hammer nicht so toll ich hasse diese kampfbrokkoli es geht weg von mir ok den treffer konnte ich noch gerade so verkraften ernsthaft ein grim cap oh man zurück habe ich jetzt echt viel raum zum rum turnen zum anderen habe ich keine energie mehr die zwei schleim sind jetzt nicht so das problem ich suche er gerade den letzten giftpilz genau dich gut das war recovery heilung ist gut level up für sie das ist sehr gut die schleime die kann ich irgendwie loswerden ich darf mich nur nicht ich darf mich nur nicht viel essen ablenken lassen und zu oft treffen lassen Regeneration geht läuft auf während Krankheit wirkt das ist sehr gut das ist wirklich sehr sehr gut da ist der Schlüssel für den Ausgang da hat meine Regeneration aufgehört und er hat Hunger also ja ich muss dringend daran denken sobald ich den shift kann dass ich sehr weit zurückgehe und mich überall um gucke wo ich den benutzen kann oh sie hat als nächstes ein level up praktisch zwei punkte in stuff defense dass sie den zauber jetzt sprechen kann stuff healing heal amount ok halt den hat das party mitglied mit dem geringsten mit dem geringsten leben und wenn ich auf 24 bin da heiz alle champions das dann ist es mächtig ok ich brauche aber jetzt auch noch fire weil ich hätte gerne den fiery blast so gut gebe ihr das essen und sie braucht jetzt ah doch zwei punkte in dodge gebe ich noch und ab jetzt geht es in dings in missile weapons weil jetzt hat sie 15% 15 mehr leben ja was 10% ungefähr leben war und er hat gut aufgeholt muss ich sagen so die ecke ist noch aufgegangen und das sieht ja nicht wie eine tür aus oder doch eigentlich ist es eine tür nur sehe ich keinen passenden hebel dazu also ja ich sollte mir auf jeden fall alle shift dinger markieren aber hey ich weiß wie ich glaube ich weiß wie ich das aufkriege oder ich habe jedenfalls jetzt gerade grinding stone on stone gehört ah jetzt habe ich das secret hier jedenfalls geöffnet und damit halte ich die teleporter an oder was ist ja eigentlich auch nicht schlecht aber ja schatzkiste was zu essen dann poison bolt das ist ein budding spell der ich schon habe ok bear ritual of crushing titans the path of fire and venom the path of fire and venom rests auf west das muss ich mir auf jeden fall mal aufheben das kann erstmal weg und das hier belt ritual of crushing titans oh das ist das grimoire of mask boncraft und nicht of belt boncraft the phone to follow the path of armor titan crushing all with hammers and tough fists skull curse bone skull to scavengers thief curse bone skull and skull heben wir auch mal auf heben wir auch mal auf so die